Die Karte Die Karte Wunderbar, Dankeschön Mal schauen, was es hier so gibt Das sieht doch gut aus Das nehme ich Was darf es für Sie sein? Ich hätte ja gerne einmal diese geile Suppe, ja? Die geile Suppe, gern Die klingt sehr frischversprechend Einmal die geile Suppe Herr Ober? Ja bitte? Ich hätte gern noch einen Löffel, dann möchte ich die geile Suppe auch löffeln Ach, Entschuldigung, einen Moment Kein Problem, kein Problem Ich verzeihen Sie Guten Appetit Oh 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 Entschuldigung, Sie haben da etwas. Sagen Sie jetzt nicht. Aber... Sehen Sie mich an. Sehe ich so aus, ob ich Zeit hätte? Aha, so so. Ähm, darf es sonst noch etwas sein? Das war's. Das war's. Das war's.